Willst du mich präsentieren? Das ist von Sascha Gratis Das ist von Sascha Gratis Und dann nochmal Von Sascha, der Merch Da ist Ja, das ist eigentlich das Und wir haben einen guten Tag Ist nichts zu sehen da oben, gar nichts oder was? Ja, im Gegenteil Die Straße, da ist ein anderer Da ist Und ich denke hinter dem Da ist Da? Lohnt sich nicht, ja? Lohnt sich nicht Dann bleibe ich unten Ich esse Fleisch, nur noch Fleisch, niemals Gemüse Hauke Schlichting The one and only producer Auf Kartoffensalat 3 Wir sind da am Stadttheater in Heide Ich wollte, dass du unter uns bleiben So, ist es nicht? Stadttheater Heide Da sind wir heute Ich bin gespannt, ich freue mich jetzt auf die anderen zu sehen Hauke Hauke Sie macht Kostüm Und meine Damen und Herren Der einzigartige Fresh Torge Leute, es gibt eine Szene mit Knossi Es ist sensationell Die Castingszene mit Knossi Ihr müsst eigentlich nur diese Stelle vom Film gucken Sechster zweiter, Freunde Wahnsinn Das wird die heutige Location sein Oh Baby Richtig nice Richtig nice Richtig nice Wow Ich bin noch am Drehbuch Ich bin noch am Drehbuch Hier ein bisschen gucken Nicole Cross Music Guck dir den an Der echte Gleich wird dich geschminkt Das ist so So sieht ein Zettel aus Wenn man während dem Dreh schreiben soll Oder zumindest so tun möchte Oh das ist so süß Oh das ist so süß Knossi Regisseure bei der Arbeit Wie nennt man deinen Job eigentlich mit der Klappe? Der erste Regieassistent von meinem Let's go Let's go Auch ein Wunder Dass an diesen Sets Obwohl alle Deutsch sprechen Trotzdem auch Englisch gesprochen wird Das ist auch ein Wunder Wir haben schön gegessen Ich sag's euch wie es ist Guck mal Links Leute Rechts Leute Guck mal Das bin ich Influencers Alle Influencers auch heute hier am Start Also an alle die draußen irgendwelche Unternehmen pflegen Und ein paar Storys brauchen Meldet euch bei unseren Influencers Swipe it up Swipe it down Zuschauer sind auch wieder da Ja Ist auch schlimm wenn man nur noch mit sowas in Verbindung gebracht wird Irgendwie Und go Probier's jetzt einfach mal Es kann ja zu schwer sein Das Tier Wahnsinn Ich hab das gemacht Der Verrott Oh mein Gott Oh mein Gott Wer spielt da gerade Hey Leute Ich sag euch heute ist so anstrengend Woran liegt das? Am Bett Was ist eigentlich mit deinen Augen Was ist eigentlich mit deinen Augen Ey ohne jetzt ist es echt Außer Eddie ist richtig gut drauf Ne? Ja Aber er hat auch viel Stress durch die ganzen Leute die er schminken muss Ich sag euch ganz ehrlich ich bin froh wenn es heute Abend der früher und so Guck mal eine Bestellung Das ist Ich hab hier einen Das ist ja ich hab hier einen der den ganzen Tag das macht was ich ihm sage Einmal sein Bimbo Das hab ich nicht gesagt Aber jetzt meine Damen und Herren gibt es eine kleine Empfehlung Eine Video Empfehlung von mir Und zwar Im legendären Stream letztens mit Bushido am Start Das Highlight ist jetzt online Check it out Von der Skyline zum Bordstein zurück Und jetzt erhänge ich euch wie White Titty Wir scheiß Hippies Baby der echte TC alter Bushido das ist er Mach an Mach jetzt den Fotoapparat an Ich bin müde Mach den Fotoapparat jetzt an Wo ist das Gerät jetzt? Hol das Ding ran jetzt Ich bin tired Yo Leute Ohne Scheiß Wir haben immer noch ein Bild zu drehen Und dann komm ich hier raus Ey und diese Ehrenfans sind hier mit dabei Ja Grüß doch mal jemand Jungs Ohne Scheiß Ihr seid direkt in der Story Die Namen Bushido Geil Kartoffelsalat auch mit Ihr seht Kartoffelsalat Und diese Kartoffelsalat Und die Kartoffelsalat Haben wir dir den Lotion abgefunden? So Hey Schön Feierabend Ciao 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 Good team Good work Good Arbeit Freunde jetzt sind natürlich Diskussionen Feierabend Diskussionen sind groß Was ist los? Wo essen? Wo essen? Italiener bestellen Pizza Basta Ey no joke Nachtmodus ist drin Ey Ich habe so einen aufgeblähten Bauch wie bei Nicole noch nie gesehen Ey Du lügst Ich störe dir Was machst du? Und sie so lass mich kurz alleine Ich muss hier ein bisschen ablassen Oh Baby Niki Geh in die Ecke alleine Ich lass dich doch Ich lass dich Nein Ich bin's Wenn du den hier ablässt wäre eine super Sensation für die Story Ey Wenn es richtig rumst einmal Ist doch nicht schlimm Ich bin's doch Bester Schauspielkunde Ich wollte meiner Kamera Furz Niki ist soweit, kannst du? Ja ich kann jetzt Ich kann jetzt Ich kann jetzt Ich kann jetzt richtig gut Dann biegen sie dich Oh Ja mach Lass raus Ja Ja Die Lisa hat heute ein Spiel mitgebracht Mit Memes Und Ja Ist ganz einfach heute auch das Spiel Ja Ist ganz easy hier alles Meiner Flabbernapella Was weiß ich alles Ja Das ist easy Schönes Spiel Jasmin und ich haben das Spiel erweitert noch privat Sidebett Zack Zack Ich esse unseren Ja Baby Das ist mein Geld Und das ist übrigens Knossi Nackt Warte, drehe um Die andere Seite Knossi Nacktbild Frühes Nacktbild von Knossi Jo Bis zum nächsten Mal.